Die Uhrzeit! Hallo Team! Oh! Shit! Oh Gott, will keiner von euch auf A gehen? Es verspricht ja Spaß zu werden. Und mit? Äh, es sind noch zwei auf Side? Ah! Schön vor mir stehen bleiben. Nice. Ich hab jetzt, ähm, 8 Stunden Stream hinter mir. Meine Stimme ist mit lange gekratzt, aber ich kann einfach nicht pennen. Und darum kriegt ihr jetzt auch einen Tag früher als geplant wieder ein Video. Sechs Tage kam nichts, oder? Das ist Wahnsinn. Ich bin da verrückt! Oh, die kommen B, pass auf Sektor! Hallo da! Hallo? Hey! Nein, 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 nein! Sechs Schuss! Ah, fuck! Alles klar, should we go A long together? Okay. Is down. Bomb down. Oh nein. Nein, 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 nein! Warum treffen sich zwei Behinderte auf dem Server? Um einfach gemeinsam behindert zu sein! Ich mache einen kleinen Eagle Force und gehe auf B. Ich will bitte unseren Bot übernehmen. Oh nein. Ich glaube, es ist ein leichter Fehler, um die Uhrzeit zu spielen. Long, looks clear. Oh, Bomb is, Bomb is still down. Bomb is still down. Long down. Sorry, ich muss zu weit. Oh nein, 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 nein! Es war gerade so schön ruhig! Sind die dumm? Sind die einfach nur komplett... B-Rush, B-Rush! Meine Flash und B. Wir müssen einen von beiden kicken, wenn die so eine Scheiße machen. Wow, 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 wow! Nice! Aua! Alter, haben die viele Nades! Es ist komplett behindert mit denen. Ich kann da nichts machen! Wenn die zwei meinen, sie müssen sich unbedingt Team killen. Ja, und das Spiel halt wegwerfen damit. B-Rush, Scout. Na, will, glaube ich, keine Scout. Umgeblich keine Scout hat er gar nicht verdient. Das ist der dreckige Lurch, Alter. Oh, oh. Die T-Rush und B. Fuck. Und jetzt habe ich Spiel und B. Es ist noch nichts verloren, klar. Wenn die beiden sich einkriegen, dann geht's. Aber... Komm, hier ran, hier ran. Ah, schade, Mann. Also, 8.26 Uhr scheint keine gute Zeit zu sein, um reinzusuchen. Oder ich habe halt einfach Pech gehabt. Kann natürlich auch sein. I've got defused from me. Wir haben einen AFKler. Den ohne Namen. Die sind schon durch. Wunder salvage P on spot. I think they're going in. Wo haben wir den Kill gemacht? Keine Ahnung. Ja, Bombshot. Hey, yo. Nice. Ich dachte, ich hätte den... Echt? Okay, okay. Also, wenn wir uns noch ein bisschen fokussen. Und vor allem eben keine Teamkills machen. Dann wird's. Guck mal da, wie schön sie Englisch callen können. Oh shit. Oh shit. I'm coming. Sind die schon durch, oder was? Okay, I'm flushing shot. Nice. Der hat die Runde echt schön geholt. Mit der AUG spielt der auch noch wie so ein Profi. Oh, das muss ich Mitte wieder machen. Ah, danke. Nice. Er holt sie. Okay. Take my AUG. Take my AUG. Nice. Nice. Alter, er holt sie durch die Tür. Man muss nur als Einheit funktionieren. Bombi. Wieso? Na, ich so'n Shot. Da nehme ich mir mal direkt so'n paar Smarties, Leute, ne? Nice. Nice. Spiel der Gefühl hier. Er saved sogar meine AWP, der Sektor. Leute, 8 Uhr. Bums. Du müsst ja jeden Tag spielen. Geil. Bitte, beide cool bleiben. Genau. Mit is open. Na, Shot, kommen sie wieder durch. Ich glaube, B kommt nichts mehr. Yeah, I think he's sure. I've got the fuse. We've got time. Wie's los? He's down. He he. Er kommt einfach durchgegrast. Tackled. Sweet, man. Richtig sweet. Da hätten wir wirklich, äh, deutlich besser abschneiden können. Also, zwei, drei Runden mehr wären gegangen. Ja, aber Team Kills waren halt drin. What is shot? He's down. Der ist mir so schön reingejumpt, der Kerl. Last one got up. Nice. Ey, es rennt gerade richtig. Also, von der Zeit her. Die Runden gehen sehr schnell vorbei. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie's auf, äh, T läuft. Boah, ich merke gerade, ich werd langsam heiser, ne? Von dem ganzen Gelaber. Vorhin acht Stunden lang im Stream geschwätzt und jetzt hinterher. Okay, kann mich einer rausflaschen? Can you flash me? Not long. Thanks. One is car. One is car. One is car. Shit, hier bin ich gesehen. Nur noch die Schüsse gehört, da war's zu spät. Bin einfach durchgepacet. Ähm, jetzt sollte grün aber schnell mitkommen. Weil ich glaube, sie kriegen den, den Pflanzerich hin. Lauter ist die Bombe. Sehr schön. Shot. Oh, oh, Meister. Das war wirklich ne ganz schwaches Zeugnis. To be go be now together. Das Zusammenhalten, gut zureden und die Ansagen, die funktionieren. Wie looks good? Orange, you got the bomb. I'm flashing city. Orange, you got the bomb. Sector, du hast die Bombe. Genau. Er ist jetzt erst gerafft. Okay. Thanos, Thanos man. Alter, alter. Ey, die Runden gehen so flott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich gemacht hab jetzt. Egal, ne gute Runde Pump geht immer. Ghost Rider, oder? Ja, komm. Geht tatsächlich. I'm falling back and mid. He's on mid now. One is shot in a few seconds. Hey, he's shot. Ghost Rider jedes Mal. Ich fasse es nicht. Im Stream sagt er das ständig. Mach Pump. Pump ist immer gut. Mal so ein Ründchen. You can flash your long flash incoming. Oh, richtig viele Flashes. Die sind so blind, oder? Nice. Molling Elevator. I'm going to plant safe. Na, er ist weg. Durch die Steinkante durchgebollert. Nein, nein, nein. Duf. Naja. Da muss er jetzt durch. Gut, also ich wär eh gestorben. Den Gegner hätte ich nicht bekommen, aber äh... Das ist ein Team hier sein muss. Alter. Richtig sweet. Ich komm kaum noch dazu irgendwas zu machen. Ich hab... Ja, okay, es geht. 41 Pünktchen. Komm, die 50 mach ich noch voll. Wie machst du move? Maybe ramp noch? Oh, nein. He's low. Ich hätte einfach mal die Smoke reinballern sollen. Oh, da ist er weg. He's down. Nice. Alter! Ey, das sind solche aggressiven Spieler. Au. Oh, meine Smoke ist geil geflogen. Shit. Irgendwie ist gelegt. Nice. Da ist er weg. Ey, das Spiel läuft jetzt 33 Minuten. Und wir sind bei... Last Round. Oh nein, noch einer. Oh. Alter, er topst da rum. Nice. Bei dem Start, den wir hatten, hab ich mit diesem Ende nie im Leben gerechtet. Nie im Leben. Graffiti direkt noch abgezogen. Natürlich. Richtig sweet. Das Ding, Leute. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. What the fuck? Ach ja, eine Operation Reward. Ja, nice. Ein Tornado. Sehr, sehr schön. Wir sehen uns am Dienstag im nächsten Livestream. Und die Tage im nächsten Video. Bis dann. Tschau.